Ja, am Mittwoch war es endlich soweit. Zwei Jahre hat der DAX gebraucht, doch jetzt hat er es geschafft. Vorher ist zwar nur punktuell, aber das neue Allzeithoch liegt jetzt bei 13.640 Punkten. Jedenfalls stand Freitagnachmittag und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu einer neuen Folge Bon Weekend, präsentiert von der Societe Generale. Ich bin Sebastian Hoffmann von Primequants und bevor wir direkt zu den Charts kommen, schnell die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Primequants wieder. So suchen wir das Haar in der Suppe. Ja, hinter das neue Allzeithoch können wir einen Haken machen, doch der Anstieg wurde am Mittwoch direkt wieder abverkauft, womit die Kurse unter dem Strich wieder einmal an der Mai-Eindämmungslinie hängen geblieben sind. Heißt, der DAX befindet sich nach wie vor in dem breiten Aufwärtstrendkanal und müsste nun für neue Long-Impulse dort nach oben ausbrechen. Gelingt das Kunststück, könnte der September-Trendkanal noch einmal den Ton angeben, der übrigens einen Anstieg in Richtung 14.000 Punkte möglich machen würde. Ja, und so viel fehlt dafür gar nicht, denn nach den beiden schwächeren Sitzungen präsentiert sich der DAX heute wieder richtig stark. Unter anderem liegt das auch daran, dass es an der Wall Street gestern zu kleinen bullischen Tagesumkehrungen kam. Der S&P 500 ist jedenfalls fast mustergültig vor seinem 10-Tage-Durchschnitt wieder nach oben abgedreht, der Aufwärtstrend. Schön zu sehen am Oktoberkanal ist also nach wie vor intakt. Kommen wir aber zurück zum DAX. Der müsste jetzt für neue Impulse auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und das Ganze am besten per Tagesschluss bestätigen. Ja, schauen wir mal, wo wir da heute dann tatsächlich aus dem Handel gehen. Dieses Video wird ja am Freitagnachmittag kurz vor der Eröffnung der US-Börsen aufgezeichnet. Kleiner Schönheitsfehler. Trotz der gestrigen Korrektur wurde die Kurslücke vom 9. Januar noch nicht ganz geschlossen. Solange der DAX also nicht über die Mai-Eindämmungslinie hinauskommt, wäre also theoretisch auch ein erneuter Rücksetzer möglich im Fokus dabei. Der Bereich rund um 13.250 Punkte. Dort findet sich im Volumenhistogramm nämlich eine ausgeprägte Volumenspitze, die als Unterstützung gilt. Zudem könnten die Kurse auf diesem Niveau auch die August-Aufwärtstrendgrade auf den Prüfstand stellen. Wirklich eintrüben würde sich das Bild aber erst unterhalb von 13.000 Punkten, wobei auch hier auf den Schlusskurs zu achten ist. Darunter könnte es zu einer Korrektur in Richtung 12.500 Zähler kommen, aber das hatten wir ja schon in den vorangegangenen Videos thematisiert. Ja, und wer im DAX gerne aktiv werden möchte, kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Mini-Future Long mit der WKN SR5 BKG tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,88 und laufen endlos. Auf der Short-Seite, da kann man beispielsweise mit einem Mini-Future Short mit der WKN SC2 S4M aktiv werden. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,65 und laufen ebenfalls endlos. Profitieren kann der DAX heute natürlich auch von starken Einzelwerten, unter anderem Bayer. Hier brodelt die Gerüchteküche, dass man den Glyphosat-Streit für 10 Milliarden Dollar beilegen könnte. Die Aktie ist damit nun drauf und dran, nun endlich die Kurslücke vom 23. Oktober hinter sich zu lassen. Darüber können dann die Runde 80er-Marke und die nächste offene Kurslücke vom 13. August zwischen 86,30 und 93,11 als Widerstände vorgemerkt werden. Der Aufwärtstrend ist jedenfalls nach wie vor intakt. Als wichtige Unterstützung ist hier der Bereich rund um 70 Euro hervorzuheben. Und dann das Comeback des Jahres, schauen wir mal. Aber momentan ist Wirecard richtig gut unterwegs. 130er-Marke und den GD200 zurückerobert, die nun in Unterstützungen umgewandelt wurden. Heute dann noch das Gap Close rund um 140 Euro. Und damit sieht es so aus, als wenn es tatsächlich von der unteren Volumenspitze direkt bis zur oberen im Bereich von 150 Euro gehen könnte. Dieses Level können wir uns dann auch gleich als Widerstand auf den Zettel schreiben. Wobei sich natürlich das darüber liegende September und Mai hoch bei 160 bzw. 162,30 als Triggermarken anbieten. Insgesamt hat Wirecard im noch jungen Jahr 2020 bereits mehr als 30% zugelegt. Da muss man langsam natürlich auch den einen oder anderen schwächeren Tag einkalkulieren. Und Schwäche ist dann auch gleich das Stichwort für Daimler. 10% ging es hier im Jahr 2020 schon nach unten. Und damit sind die Kurse aus dem November-Trendkanal nun nach unten herausgefallen. Und damit muss man jetzt mal genau hinschauen. Kurzer Sprung rüber zum Wochenchart. Sollten die Kurse nun nämlich wieder nach oben abdrehen, könnte eine inverse Schulterkopf-Schulterformation an Kontur gewinnen. Vollendet wäre das bullische Muster aber erst oberhalb der Nackenlinie jenseits von 50 Euro. Da ist also erstmal noch Vorsicht geboten. Kommen wir dann noch zu den Terminen. Auch die nächste Woche verspricht einige Highlights. Los geht's am Montag mit dem IFO-Geschäftsklimaindex. Es folgen am Dienstag Zahlen von SAP und Apple. Am Mittwoch steht dann der Zinsentscheid. In den USA auf dem Programm nachbörslich kommen zudem noch Zahlen von Microsoft und Facebook. Und dann am Donnerstag, da dürfte das US-BIP für das vierte Quartal in den Fokus rücken. Zudem werden Zahlen von Amazon erwartet. Und am Freitag verlässt dann höchstwahrscheinlich Großbritannien die Europäische Union. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut!